Wassermarsch in der Zimmervermietung Hase auf der Allee-Straße in Riesa. Ordnung und Sauberkeit stehen bei der Hausherrin Elke Hase an vorderster Stelle. Wichtigste Hilfsmittel, heißes Wasser, ein Wischeimer und ein Wischmack. Was so einfach und selbstverständlich klingt, ist in Wahrheit das letzte Glied einer langen Kette. Es geht um Erdgas und dessen langen Weg aus den Tiefen der Erde bis in den Wischeimer von Elke Hase. Kommen Sie mit auf eine spannende Reise. Die Stadtwerke Riesa versorgen seit 1993 weite Teile des Stadtgebietes mit Erdgas. Unser erster Halt, die Gasübernahmestation Kanitz. Die Station gibt es bereits seit 1991. Hier kommt das Erdgas für Riesa an, was damit hier genau passiert und wie die Reise weitergeht. Das erklären uns diese beiden Herren, Meister Sven Uhlemann und Gasmonteur Tim Schwarz. Die Erdgaspipeline, die sind gekennzeichnet durch solche gelben Markierungssäulen. Die Erdgaspipeline geht genau an den Markierungssäulen lang in unsere Übernahmestation Kanitz und von dort an ist das Gas dann uns da. Sicherheit hat bei Erdgas immer höchste Priorität. Deshalb müssen sich die beiden bei der Netzleitwarte anmelden, bevor sie die Station betreten dürfen. Damit aber nicht genug. Bevor wir in die Gasbruchzegel- und Messerlage reingehen, müssen wir natürlich unser Messgerät einschalten. Das überwacht die Raumatmosphäre. Das ist wichtig, um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten. Das ist der wichtigste Bereich der Gasübernahmestation. Hier wird der Druck des einströmenden Gases reduziert. Von 45 Bar auf 20 Bar. Zum Schluss wird das Erdgas noch odoriert, also mit einem Geruchsmittel versetzt. Das Gas ist von Haus aus geruchlos und hier wird ein Geruchsmittel zugemischt, das dem gastypischen Geruch erzeugt. Das ist natürlich notwendig, damit man erkennt, dass irgendwo Gas austritt. Das hätten wir. Das Erdgas ist nun so aufbereitet, dass es in Riesa an die rund 5000 Erdgaskunden weiterverteilt werden kann. Die Verteilung erfolgt über ein weitverzweigtes Netz, bestehend aus 32 Kilometer Hochdruckleitungen, 32 Kilometer Mitteldruckleitungen, 111 Kilometer Niederdruckleitungen und 34 Gasdruckregelanlagen. Nächste Station. Die Gasdruckregelanlage. Genauer gesagt, jene auf der Allee-Straße. Sie ist für die Zimmervermietung Hase von entscheidender Bedeutung. Recht unspektakulär auf den ersten Blick. Die Gasdruckregelstation sieht zwar relativ unspektakulär aus, ist aber sehr wichtig für die Versorgung unserer ganzen Erdkunden. Nicht vergessen, Messgerät zur Prüfung der Raumatmosphäre. Hier kommt das Erdgas aus der Übernahmestation an, wird hier mit 6 Bar durch den Filter geleitet, wo es von Schmutz gesäubert wird, geht dann hier in den Gaszähler rein, wo es in Kubikmeter gezählt wird. Von hier aus geht es dann in den Gasregler rein, wo es von den 6 Bar, den 23 Millibar runter reduziert wird und geht dann durch diese Gasleitung ins Gasnetz unserer Kunden. Es folgt die letzte Etappe unserer Reise. Die letzten Meter zum Kunden. Die legt das Erdgas in einer Niederdruckleitung zurück. Und wird schließlich über den Hausanschluss dem Kunden übergeben. Der Hausanschluss. Der ist die Nahtstelle zwischen Kunden und den Stadtwerken Riesa als Betreiber des Erdgasnetzes. Übrigens sind solche Kundenbesucher wichtig, denn jeder Hausanschluss muss regelmäßig einer Wartung unterzogen werden. Wir sind hier bei der Familie Hase. Das ist von der Familie Hase der Gas-Hausanschluss. Der liegt in einer Tiefe von 60 bis 80 Zentimetern. Strömungsgefündigkeiten sind 2 bis 3 Meter pro Sekunde. Das ist die Hauptabsperreinrichtung. Hier wird der Kollege jetzt eine Wartung durchführen, eine Dichtheitskontrolle. Er schaut, ob die Hauptabsperreinrichtung verrostet ist, ob dort Beschädigungen dran sind. Und er prüft auch mit einer Sichtprüfung die nachfolgende Leitung, ob dort Beschädigungen oder Undichtheiten sind. Das Gas kommt durch diese Rohrleitung an mit 23 Millibar, geht hier am Gaszählerhahn vorbei, in den Gaszähler rein. Dort sind zwei Kammern. Eine ist gefüllt mit Gas und die andere lässt das Gas immer durch. Somit wird das Gas gezählt, geht diese Rohrleitung ab und geht in die Brennwertherme rein, wo es dort verbrannt wird. Zurück in die Zimmervermietung Hase. Das mit Erdgas erhitzte Wasser hat einen sauberen Dienst verrichtet, denkt sich zumindest Frau Hase. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, denkt sich Herr Hase.